Wolfgang Schäuble Ja, erstmal vielen Dank für die Ankündigung. Auch ich freue mich, hier jetzt schon mal ein bisschen reinzuschnuppern, bevor ich dann hier auch formal mit einsteigen darf. Aber jetzt geht es vor allen Dingen um unsere Gesprächsgäste zum Auftakt dieser Konferenz, die wir gemeinsam hier als Fortsetzung, wie es eben schon angeklungen ist, ja in unserem Programm zur Grünen Erzählung veranstalten. Und wir wollen gemeinsam einsteigen in das Thema Verantwortung mit Marc Schiritz. Er ist wirtschaftspolitischer Korrespondent für die Wochenzeitung Die Zeit. Er kann gerne auch schon mit nach vorne kommen. Das gilt auch für die beiden anderen Referenten, die ich gleich noch im Anschluss vorstellen werde. Und er arbeitet vor allen Dingen im Bereich öffentliche Finanzen und Investitionen, Infrastrukturen und zur ökologisch-sozialen Transformation. Und natürlich auch beteiligt er sich aktuell an den Debatten über die ökonomischen und politischen Auswirkungen der gegenwärtigen Krise. Außerdem neben mir Sabine Fischer, die als Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik, insbesondere Russland, arbeitet, EU-Russland-Beziehungen und Osteuropa im Blick hat. Und in diesen Tagen in Rundfunk und Fernsehen natürlich auch eine gefragte Expertin zum Komplex Russland-Ukraine-Europa ist und damit natürlich hier auch ganz aktuell mit beitragen kann. Außerdem ist sie der Heinrich-Böll-Stiftung als Mitglied des Fachbeiratts Europa Transatlantik auch eng verbunden. Außerdem haben wir hier neben mir Ricarda Lang, die ebenfalls keiner wirklichen Vorstellung in der Böll-Stiftung bedarf, aber als Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen seit diesem Jahr tätig ist, letztes Jahr in dem Bundestag gewählt wurde und zuvor im Bundesvorstand der Grünen und auch als Sprechende Grünen Jugend, das haben wir gemeinsam, engagiert war und auch schon hier an einer Konferenz zur Grünen-Erzählung in der Vergangenheit mitgewirkt habe. Ich habe eben von Marc Schiritz gehört, dass es bei ihm auch der Fall war. Insofern vielleicht eine gewisse Kontinuität, die jetzt hier reingebracht werden kann und damit will ich vielleicht auch gleich einsteigen mit der Frage, die uns vielleicht als erstes bewegen sollte, nämlich angesichts der Zeitenwende und der Geschehnisse, die wir darzeit erleben, ist das Thema Kontinuität und die Frage, treffen eigentlich die Antworten, die wir bisher erarbeitet haben, ich sage mal, in den acht Erzählungen davor, treffen die eigentlich noch in gleichem Maße die Herausforderungen einer solchen Erzählung oder müssen wir an der Stelle vielleicht fragen, dass die bisherigen Antworten auf die grüne Erzählung, auf unsere Erzählungen, gerade mit Blick auf das Thema Verantwortung, vielleicht nicht einer generellen Überholung, aber doch einer Ergänzung bedürfen. Und damit vielleicht gleich die Frage an Sabine Fischer als erstes, die natürlich jetzt mit dem Blick auch auf die aktuellen Geschehnisse vielleicht da am ehesten auch den Blick für uns öffnen kann. Ja, vielen Dank. Funktioniert das? Ja, okay. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und an der Diskussion teilzunehmen, die jetzt für mich nicht das ist, was ich so Tag ein Tag aus mache. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Was Kontinuität anbelangt, glaube ich, also wenn ich jetzt sozusagen aus meinem Forschungsfeld und aus dem Feld meiner Aktivitäten da drauf schaue, dann glaube ich, muss man schon ganz klar sagen, dass die Deutschen, ich formuliere es mal ganz allgemein und breit, die deutschen Herangehensweisen, die deutsche Politik gegenüber Osteuropa, Russland, Ukraine, anderen Staaten in der östlichen Nachbarschaft etc. ziemlich krachend gescheitert sind. Also mit der neuerlichen Invasion Russlands in die Ukraine, glaube ich, ist, was das anbelangt, der Begriff Zeitenwende nicht nur richtig, sondern ist auch dringend nötig. Ich betone immer ganz gern in dem Zusammenhang, dass das für uns eine Zeitenwende sein mag. Für die Menschen in Osteuropa ist es das nicht. Also das ist so ein bisschen mein Problem mit dem Begriff Zeitenwende. Und dann empfinde ich es eben ein Stück weit auch als meine Verantwortung, darauf immer wieder hinzuweisen, dass es wirklich vor allen Dingen für die Menschen in der Ukraine keine Zeitenwende ist, sondern die Fortsetzung einer wirklich katastrophischen Entwicklung, die sie im Grunde genommen seit Mitte der 2000er Jahre spätestens, aber dann eben in massierter Form seit 2014 erleben. Was das grüne Narrativ anbelangt, vielleicht ganz kurz dazu noch ein, zwei Gedanken. Also wir haben es im Vorgespräch eben ja schon so ein bisschen angetitscht. Ich finde auch bei den Grünen, die in den letzten Jahren viele richtige und wichtige Positionen formuliert haben, im Hinblick auf Russland, im Hinblick auf die Staaten und Gesellschaft, muss man ja auch immer dazu sagen, gerade wenn man über grünische Politik spricht, Außenpolitik, Gesellschaften der östlichen Nachbarschaft. Ich finde, man hat im letzten Jahr schon gemerkt, dass auch die Grünen ziemlich Probleme hatten, sich diesen Entwicklungen anzupassen. Und ich finde, also zwei Punkte würde ich da im Besonderen nennen. Das eine ist tatsächlich die so starke Fokussierung des grünen Narrativs auf ökologische Nachhaltigkeit und Klimawandel. Also um es anders auszudrücken, was mir letztes Jahr auch im gesamten Wahlkampf, aber eben auch im grünen Narrativ gefehlt hat, war die Geopolitik. Ich habe mich wirklich, weil ich selbst eben so intensiv auch zu Osteuropa arbeite und gesehen habe, wie diese Krise, die dann im Krieg mündete, sich aufgebaut hat. Ich habe mich immer wieder gefragt, auch während dieses Wahlkampfs, wo bleiben diese Fragen? Und muss sagen, dass ich eben, ja, das habe ich vermisst. Und ich finde, da ist ein Stück weit eben auch sozusagen die grüne Herangehensweise der eigentlichen Verantwortung, die Politik hat auch gegenüber der eigenen Gesellschaft, nicht ganz gerecht geworden. Und ein zweiter Punkt, den ich machen würde, aber das ist etwas, was natürlich auch in der grünen Partei sehr in Arbeit ist und sicherlich auch jetzt in der Regierungskoalition. Also ich denke, man hat zum Beispiel an dem Ukraine-Besuch von Robert Habeck im letzten Jahr und an seinem Statement nach dem Besuch an der Kontaktlinie im Donbass und an dem, was darauf folgte in der Partei, schon gemerkt, dass es da ganz schöne Spannungen gibt. Und das ist so ein Punkt, ich denke, das ist ein Prozess, den die Partei durchlaufen wird. Und ich glaube, sie hat diesen Prozess gezwungenermaßen tatsächlich in den letzten drei Monaten sehr schnell durchlaufen. Er ist wahrscheinlich noch nicht ganz zu Ende. Aber auch hier, würde ich sagen, ist die Frage, kann man alte Narrative von Friedenspolitik, von Konflikttransformation, vielleicht auch Antimilitarismus, kann man die in der Form jetzt in diesem Kontext so noch weiterführen? Oder muss man die wirklich noch mal gründlich durchdenken und überlegen, wie in dieser spezifischen politischen Situation und in dieser Kriegssituation in Europa damit in Zukunft umgegangen werden muss? Eine der, ja, im Grunde genommen Erneuerungen auch der Debatte, die die Grünen zumindest vorher schon vollzogen haben, war ja die klare Verbindung von eben Außen- und Sicherheitspolitik auch mit den energiepolitischen Fragen, die im Raum stehen. Und das natürlich auch, weil wir den Blick auf die ökologische Wende, auf die Herausforderungen eben sehr stark auch schon hatten. Insofern vielleicht die Frage weitergegeben an Marc Schieritz. Wo sehen Sie da eigentlich die weiteren Entwicklungslinien jetzt für auch Verantwortungsübernahme im Lichte dessen, was passiert ist für die Zukunft, für die kommenden Jahre? Also ich glaube, was ökonomisch und sozial hinzugekommen ist oder die ökonomische und soziale Dimension der Zeitenwende, ist das, was man jetzt gerade, wenn man einkaufen geht, sieht, ist nämlich Inflation oder wenn man seine Gasrechnung bezahlt, die sehr eng an dem Energiethema natürlich dran ist, die aber auch eine Entwicklung ist, die vor zwei Jahren oder fast sogar vor einem Jahr, würde ich sagen, eigentlich niemand auf dem Schirm hatte. Dass wir in einer Situation konfrontiert sind, wo auf einmal Preisreaktionen stattfinden in der Wirtschaft. Also alle wollen natürlich einen langsamen, allmählichen Anstieg bei den CO2-Preisen, die Transformation sozusagen, wo man so schön auf der Welle dann die Transformationswelle segeln kann. Aber dieses abrupte Schlagartige hat ja niemand auf dem Schirm. Und das ist auch kein Zufall, sondern das ist Ausdruck dieser Transformation, geopolitischen Transformation, die stattfindet, nämlich der Gestalt, dass sozusagen die Zeiten, in denen wir billig Energie aus Russland bezogen haben und entsprechend günstig oder gut unsere Autos in China verkaufen konnten, möglicherweise zu Ende kommen, mit total dramatischen Folgen für die ganze geoökonomische Lage Deutschlands in der Welt. Die Stichworte sind Deglobalisierung, Diversifikation von Wirtschaftsbeziehungen. Das sagt man so leicht, dann sagt man, der Verkauf hat ein Zeug irgendwo anders. Aber in der Praxis sind natürlich enorme Prozesse und Anlaufkosten und sowas drin. Ich kann nicht von heute auf morgen Lieferanten oder Kunden umswitchen, die aber auch für die Wirtschafts- und Sozialpolitik enorme Herausforderungen mit sich bringen. Denn das Besondere an dieser Inflation, die wir jetzt beobachten, ist ja nicht, dass da, wäre zumindest meine These, dass Christine Lagarde zu viel Geld gepumpt hat, wenn ich es mal ganz platt sagen soll, sondern dass einfach weniger Gas da ist, dass weniger Weizen da ist, dass in Deutschland speziell, aber auch in der ganzen Welt weniger Arbeitskräfte tendenziell da sind, demografischer Wandel, der ja auch in China zuschlägt, dass wegen dieser Deglobalisierung ich eben nicht mehr so leicht produktive Ressourcen in anderen Ländern der Welt anzapfen kann als Deutschland, weil nichts anderes ist ja Handel als produktive Ressourcen anzapfen. So, und das alles zusammengenommen führt zu dem, was man jetzt sozusagen so als neue Angebotspolitik diskutiert. Also wir kommen ja eigentlich aus einer Situation der letzten zehn Jahre, wo man in Deutschland im ökonomischen Diskurs mal gelernt hat, dass Nachfrage auch wichtig ist, dass man investieren muss, dass Schulden auch nicht immer schlecht sind. Und jetzt stellen wir fest, jetzt haben wir das sozusagen endlich verinnerlicht, und jetzt stellen wir fest, na ja, aber das alleine geht auch nicht, weil wenn ich in einem LNG-Terminal baue, brauche ich Arbeitskräfte und Stahl und was man sonst noch alles dafür braucht und die kann ich nicht mit Geld herbeizaubern. So, und da findet gerade eine fundamentale Verschiebung in der wirtschafts- und sozialpolitischen Debatte statt, die mit Verteilungskämpfen verbunden ist. Wenn ich ein Panzer bauen will in Deutschland oder ein Gewehr, dann kann dieser Mensch, der den Panzer oder das Gewehr baut, nicht mein Haus dämmen. So, und da gibt es sozusagen, die Debatte strukturiert sich jetzt so allmählich, die wird, glaube ich, erst so langsam auch erkannt. Und da gibt es natürlich, aus diesem Dilemma gibt es, wenn man das so will, eher wirtschaftspolitisch rechte und wirtschaftspolitisch linke Auswege. Also, ich kann sagen, na gut, dann müsst ihr halt alle wieder kürzer treten, dann müssen die Löhne runter und so weiter. Oder ich kann sagen, ich mache aktivierende Politik, Löhne, zu denen die Leute auch bereit sind zu arbeiten, Partizipation von Frauen, Steuerrechtsänderungen und so weiter, um das Potenzial an Arbeit und Produktivität zu erhöhen. Und ich glaube, dass wir diese Debatte extrem jetzt kriegen werden im Rest der Legislaturperiode. Und die ist auch so nicht vorweggenommen worden. Denn die Logik im Koalitionsvertrag war noch, na ja, wenn wir nur genug Geld irgendwie da raufschmeißen, dann kriegen wir es schon hin. Und jetzt stellen wir fest, wir haben zwar genug Geld, aber wir haben nicht mehr genug Arbeit, das ist ganz zugespitzt formuliert. Und damit ändert sich auch diese Debatte. Und sie wird politisch verteilungsintensiver werden. Absolut, Ricarda Lang. Du bist ja auch letztendlich genau mit diesem Thema für dich politisch angetreten. Und siehst natürlich jetzt auch dieser Blick, der sich dort komplett verändert. Wie gehst du mit der Frage um, wie wir letztendlich aus diesem Dilemma rauskommen und gesellschaftliche Zustimmung eben auch für so einen kooperativen Ansatz, so nenne ich das jetzt mal, einen, der sozusagen die Leute aktiviert und mitnimmt auf diesem Weg. Wie gehst du an diese Herausforderung ran? Ja, ich fand es gerade sehr spannend, bei dem, was Sie hier angesprochen haben, was wir in gewisser Weise erleben. Und ich glaube, wir hatten schon mal so ein Momentum vor ungefähr zwei Jahren, das aber ehrlicherweise im Wahlkampf wieder komplett verflogen ist, ist eine gewisse Materialisierung von politischen Debatten. Also während zum Beispiel die Frage von Klimaschutz und ja sogar Gerechtigkeitsfragen in den letzten Jahrzehnten häufig gerne als kulturelle Fragen und sozusagen als eine Positionsbestimmung, wo ordne ich mich kulturell zu, auch häufig als ideologische Debatten geführt wurden, tritt jetzt gerade mit ja eigentlich einer krassen Wucht, die so glaube ich wirklich niemand von uns vorgesehen hat, die Frage von materiellen Grundlagen, von dem, wie wir zusammenleben, wie wir diese Welt strukturieren, wie wir wirtschaften, noch mal unglaublich stark in den Fokus und damit findet auch eine Politisierung von Gerechtigkeitsdebatten statt. Und tatsächlich wird das auch eine Herausforderung sein für diese Regierung, die wir eingegangen sind, die Regierung, in der wir Verantwortung übernommen haben, weil wir natürlich viele Fragen eher aufgeschoben haben an dieser Stelle. Wir haben gesagt, wir vollziehen den Wechsel hin zum investierenden Staat, aber die Folgefragen, die Verteilungsfragen, die daraus folgen, bleiben erstmal in gewisser Weise auf einem Formelkompromiss stehen. Da setzt sich keiner von beiden durch und jetzt plötzlich müssen wir, und ich meine, Verantwortung hat ja auch immer das Antwort drin, das heißt, das heißt ja auch, ich gebe Antworten auf die Realität, ich gebe Lösungen auf die Realität und diese Debatten werden wir auch aus meiner Sicht auch in dieser Regierung neu führen müssen, weil die Frage, wenn wir einen Krieg auf europäischem Boden haben und ja auch eine Strategie des Umgangs entwickeln von der Frage von Importstopp, Unabhängigkeit von russischen Fossilen, geht damit einher die Frage der Lastenverteilung und der Reaktion, die man sich gesellschaftlich dabei aufstellt. Und was ich glaube, weil ja auch am Anfang so ein bisschen durchgedrungen ist, die Klimaschutzdebatte, wie spielt die da eigentlich rein? Hatten wir einen zu starken Fokus darauf in den letzten Jahren? Was ja ganz spannend ist, ich glaube, wo wir gerade eine Beschleunigung erleben, ist diese ganze Frage von Externalisierung. Also wir haben gesehen, nicht nur in den letzten Jahren, sondern deutlich länger, hat ja eine massive Externalisierung stattgefunden davon, wie wir wirtschaften, wie wir zusammenleben, wie wir unterwegs sind. Es gab nie billiges russisches Gas, das war einfach immer eine Illusion, sondern den Preis mussten andere zahlen, jetzt gerade zahlen ihn die Menschen in der Ukraine. Es gibt auch kein billiges, einfaches Produzieren auf die Art und Weise, wie wir gerade CO2 intensiv produzieren. Was ja aber spannend ist, dass wir jetzt die Folgen dieser Externalisierung sehr unmittelbar bei uns spüren. Wir spüren sie mit dem Ukraine-Krieg, wir spüren sie mit der Klimakrise, die schon längst kein Zukunftsphänomen mehr ist, sondern die ja hier ankommt. Das heißt, diese Debatte verändert sich. Während sie in der Vergangenheit häufig geführt wurde als eine altruistische Debatte, was machen wir für die anderen, das ist so gemein für andere Teile der Welt, dass wir jetzt sozusagen hier das Klima zerstören, oder als eine zeitlich versetzte Debatte, als es geht um unsere Enkelkinder und um deren Kinder, ist es plötzlich eine sehr akute Sicherheitsfrage für die Menschen, die heute im Hier und Jetzt leben. Und dadurch kann, glaube ich, das gelingen, die Klimaschutzfrage nicht als rein zukunftsgewandte, nicht als kulturelle, sondern als materielle Sicherheitsfrage in der Gegenwart zu debattieren und dadurch auch Menschen zu erreichen, die vielleicht damit sonst wenig anfangen konnten. Ich hatte mal ein Gespräch mit Bernd Ulrich, da hat er es sehr harsch formuliert, aber ich fand den Satz ein bisschen lustig, wo er meinte, Klimapolitik ist nicht mehr schwul, was, glaube ich, das sehr, sehr hart auf den Punkt bringt, aber ein bisschen tatsächlich diesen Gedanken von, das als materielle Sicherheitsfrage zu begreifen. Und wir haben jetzt die Aufgabe, wenn es darum geht, wie erreichen wir Menschen dafür? Ich finde, das ist bei Sebastian schon eingetreten, für wen macht man eigentlich Politik als Teil einer Regierung? Und wir haben im Koalitionsvertrag einen Satz, wo drinsteht, wir sind die Regierung nicht nur von den Menschen, die uns ihre Stimme gegeben haben, sondern für dieses ganze Land. Und das muss natürlich auch, wenn wir diesen Prozess hinbekommen wollen, muss das der grüne Anspruch sein. Also grüne Politik nicht nur für unsere Wählerinnen zu machen, sondern für die ganze Gesellschaft. Das heißt, dieser Umschwung muss dann auch funktionieren für die Menschen im ländlichen Raum, für die Menschen, die ernsthaftes Sorgen um ihre Arbeitsplätze, um ihre Einkommen haben, für die Menschen, wo das Vertrauen in unsere Verantwortung vielleicht in der Vergangenheit noch gefehlt hat. Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich gerne auch mit aufgreifen wollte, weil die Frage natürlich ist, wenn man so einen jetzt, sage ich mal, etwas erweiterten Erzählungsrahmen schafft, der eben noch mal wieder auch Sicherheit und auch Demokratie, soziale Fragen einbezieht, ist ja tatsächlich die Frage, funktioniert ein solcher Erzählungsbegriff dann auch für die Menschen im ländlichen Raum, in anderen Milieus? Oder eben auch, das ist vielleicht noch mal eine erweiterte Frage, die uns ja zu beschäftigen hat, in Zukunft trotz aller Verwerfungen, funktioniert sie auch in anderen Teilen der Welt, insbesondere dort, wo wir eben im Moment extrem schwierige Voraussetzungen zur Veränderung finden, wie zum Beispiel in Russland, funktioniert sie in Teilen der Welt, in denen möglicherweise die Leute dann auch als erste aussteigen, aus sozusagen diesem noch offenen, kooperativen Angehen hin zu einer reinen, harten Verteilungsauseinandersetzung. Ist so ein bisschen noch mal die Frage auch, können wir mit so einer Erzählung da hinkommen? Frau Fischer? Also, okay, ich versuche das mal so ein bisschen runterzubrechen. Das waren ja jetzt ganz viele verschiedene Bereiche, die Sie angesprochen haben. Deswegen ist es schwierig zu sagen, eine Erzählung. Aber wenn wir das mal so ein bisschen zusammenfassen als Erzählung von oder Verständnis von Nachhaltigkeit im breiten Sinne gesellschaftlich, ökologisch, aufs Klima bezogen, wirtschaftliche Entwicklung etc., dann würde ich sagen, mit Blick auf die beiden Gesellschaften, die jetzt auf so tragische Art und Weise da miteinander im Krieg stehen, Also, erst mal würde ich sagen, wenn man auf Russland blickt, es gibt nicht die russische Gesellschaft oder die russische Bevölkerung. Das ist ganz wichtig, das immer wieder zu betonen. Wir haben jetzt definitiv eine Situation, wo es nach wie vor eine Mehrheit gibt, wir wissen nicht genau, wie groß die ist, die diese katastrophale staatliche Politik unterstützt. Gleichzeitig gibt es in diesem Land Menschen, die sie absolut mit diesen Narrativen erreichen können. Die befinden sich in einer verzweifelten Lage. Das ist völlig klar. Die sind entweder im Land marginalisiert und sehr stark gefährdet mittlerweile und deshalb in der inneren Immigration oder sie sind dabei, das Land zu verlassen oder sie haben das Land schon verlassen. Was tut man damit? Aus meiner Sicht geht es letztendlich auf dieser Ebene und im Hinblick auf diese Menschen und auf diese Teile der russischen Gesellschaft um zwei Maßnahmen oder zwei Stoßrichtungen, die die deutsche, die europäische Politik da einnehmen sollte. Das eine ist wirklich aktiv und schnell und kreativ mit den Menschen zu arbeiten, die jetzt ins Exil gegangen sind und die wirklich hier reinzuziehen und ihnen wirklich eine Grundlage zu geben und zwar nicht reaktiv und auch eben nicht eingelagert in die Erzählung oder in diese Haltung, die die Ricarda Lang schon angesprochen hat, in dieses Wir geben denen jetzt was und wir helfen denen und die brauchen jetzt unsere Unterstützung und deswegen tun wir das. Das ist ein Potenzial für uns und das müssen wir als solches begreifen. Wenn wir eine Zukunft haben mit Russland, dann sind es diese Menschen und niemand sonst und deswegen ist es unsere Verantwortung, unsere Pflicht und aber eben auch unser Potenzial, mit diesen Menschen zu arbeiten. Das ist das eine. Naja, und dann geht es halt darum und das ist unglaublich schwierig, Nischen zu suchen, ein paar, die es vielleicht noch gibt, um zu versuchen, diese marginalisierten und unterdrückten Menschen in Russland zu erreichen. Also das wäre zu Russland. Ganz kurz noch zu Ukraine. Ich meine, ich würde sagen, die ukrainische Gesellschaft hat jetzt mittlerweile über einen Zeitraum von 15 Jahren, es gibt natürlich auch nicht die ukrainische Gesellschaft, das muss man auch sagen, aber mehrheitlich hat die ukrainische Gesellschaft mittlerweile über einen Zeitraum von 15 Jahren immer wieder bewiesen, dass sie genau das will. Und naja, und das hat ihr eben nicht zuletzt auch diesen Krieg eingebracht. Und daraus ergibt sich dann eben auch wieder eine sehr starke Verantwortung unsererseits, nämlich alles dafür zu tun, dass dieses Engagement möglich wird, möglich bleibt und auch in Zukunft weitergeführt werden kann. Marc Schiritz, die Frage, warum ich diesen Weg noch mal mit Sabine Fischer gegangen bin, auch in den Blick in diese Länder, kommt natürlich so ein bisschen daher, weil ja klar ist, dass viele der Herausforderungen, die wir hier benennen, sage ich mal ja, nicht alleine von uns mehr zu beeinflussen sind. Und das ist so ein bisschen noch mal die Frage, auch dahingehend zurück in die innenpolitische Landschaft, wie man verschiedene Leute noch erreicht, wenn es um so abstrakte Herausforderungen eigentlich dann grenzübergreifend geht. Ja, also ich sehe es ein bisschen, wie hier gerade lang, dass diese Materialisierung die Vermittlung der Erzählung eher erleichtert, weil ich brauche es dann nicht mehr erzählen. Es ist nämlich so. Also jeder sieht, dass Benzin teuer ist und dass es heiß wird und dass das Brot teurer wird und dass Krieg ist. Ich muss es nicht mehr diskursiv aufladen und überwölben, sondern es schließt sich viel unmittelbarer und deswegen, glaube ich, steckt eigentlich, also damit will ich ja die Entwicklung nicht schönreden und sagen, super, dass wir Inflation oder Krieg haben, aber sozusagen die Realität wird, glaube ich, fühlbarer. Und das merkt man schon im politischen Diskurs, wo eben auch eine FDP unter Christian Lindner sagt, na gut, dann machen wir halt 100 Milliarden Schulden. Ja, es widerspricht zwar allem, was wir euch 20 Jahre lang erzählt haben, aber okay. Also sozusagen da ist diese Begegnung mit der Realität, die wirkt, glaube ich, immer, die wirkt so entmystifizierend und das sieht man an der FDP und man sieht es auch bei den Grünen, wenn Robert Habeck nach Katar fährt, dann ist es bestimmt auch kein Spaziergang und sein allerliebstes Reiseziel. aber es sind halt, also die Probleme offenbaren sich mit einer Gewalt, glaube ich gerade, die es eigentlich erleichtern sollte, ist mein Gefühl, politische Lösungen dafür zu finden. Man muss die Debatte nicht mehr so ideologisch aufladen und früher oder später werden die Leute auch sehen, dass wir diese ganzen Kriegskosten nicht dauerhaft über Schulden finanzieren werden können, weil wenn ich eine Benzinsubvention oder ein Energiegeld verteile, dann ist das ja was anderes, als wenn ich eine Schule baue. Wenn ich die Schule baue, kann ich Schulden aufnehmen, weil da werden meine Kinder ausgebildet, die arbeiten dann und dann habe ich die Schulden zurück, dann schaffe ich Werte, wie es im Wahlprogramm, glaube ich, das war eine sehr gute Passage im Wahlprogramm der Grünen, man kann auch Werte schaffen, wenn man Werte schafft, ist es okay, Schulden zu machen. Aber wenn ich nur Sachen verteile, was ich muss, glaube ich, weil mich kann Leute ja nicht hungern und frieren lassen, dann stellt sich die Finanzierungsfrage anders, aber, und das wollte ich sagen, auch das wird früher oder später auch die FDP begreifen, dass das nun mal irgendwie gehen muss und dann muss ich entweder kürzen oder Steuern erhöhen. Und so bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass wir jetzt erkannt haben, in welchem katastrophalen Zustand die Welt ist, denn das ist ja auch nur eine Manifestation von Prozessen, die schon länger laufen, aber dass die politische Handhabbarkeit dieser katastrophalen Entwicklung vielleicht sogar ein bisschen besser geworden ist. Mit diesen Worten will ich an der Stelle einmal den Versuch gehen, darauf hinzuweisen, dass wir Saal-Mikrofone haben und es durchaus gewollt ist, dass wir in diesen Diskussionen, die wir hier gemeinsam zur Grünen-Erzählung führen, auch direkt miteinander ins Gespräch gekommen wird und ich sehe auch schon eine Meldung hier vorne, aber bitte, falls es noch weitere Meldungen an dem Punkt und dort noch eine, dann nehmen wir die jetzt einmal mit vielleicht, um hier an der Stelle auch den Raum ein bisschen zu öffnen. Sollte jetzt also gleich einmal die Hände oben lassen, dafür dann, genau. Super. Bitteschön. Ich glaube, was hier ein bisschen zu kurz kommt, ist die Frage, was hat Putin bewegt, diesen Krieg in die Ukraine zu tragen? Wir haben ja, also ich würde diese pessimistische Haltung, dass man sagt, die russische Bevölkerung ist im Moment gerade noch auf der Seite von Putin, so gar nicht teilen wollen, denn wir haben vorher die Erfahrung der aktiven Frauen von Minsk erlebt. das heißt, Lukaschenko, dein Partner, konnte sich letztlich nur mit Waffengewalt durchsetzen und das droht Putin eben auch so. Und das ist so ähnlich, so eine Situation, wenn man über die Grenze guckt und sieht, man darf ja nicht vergessen, die Ukraine ist ja gepampert worden auch. Das ist nicht von uns, sondern von den Amerikanern. Die Amerikaner haben sehr viel investiert. Es wird auch wenig darüber diskutiert, dass die Amerikaner auch in Polen und Ungarn sehr aktiv waren und auch da sehr viel für den Wohlstand getan haben und dadurch natürlich auch die, sagen wir mal, die Wohlstandsunterschiede, wie wir sie ja früher auch kannten, deutlich geworden sind. Und das gefährdet halt den Putin und das ist ein Abwehrkampf von Putin. Das wird das, also es geht gegen die Rechte der Frauen von Belarus, die sozusagen um Unabhängigkeit kämpfen. Vielen Dank. Dann nehmen wir die zweite Meldung vielleicht direkt mit. Die wäre dann wieder hier vorne. Genau, super. Also ich finde, es fehlt in der Debatte sozusagen die europäische Dimension, Union, weil all das, was ihr gesagt habt, ist richtig, aber wir müssen ja sozusagen in Lösungswegen denken. Und die Lösungswege können nicht mehr eine nationalstaatliche Autarkie sein, aber eine europäische Souveränität, was etwas weniger ist als Autarkie, aber schon durchaus in diese Richtung geht. Das heißt, wir müssen vor allen Dingen in der Energiepolitik, da müssen wir eben alle Staaten zu nutzen. Im Übrigen ist das auch ein Grund, wofür wir die Ukraine sehr gut brauchen, weil sie die Möglichkeiten hat, diese erneuerbaren Energien in großem Umfang herzustellen, auch für die Ernährungslage. Es bedeutet, dass wir in Europa dafür sorgen müssen, dass die Ressourcen besser genutzt werden und dass die Ressourcen auch womöglich in Europa gewonnen werden, aber vor allen Dingen durch Recycling, Wiederverwertung, durch eine bessere Möglichkeit, all das, was wir bisher aus anderen Ländern der Welt hierher holen, dass wir das aus den Produkten wiedergewinnen, um dadurch auch unsere Abhängigkeit in diesen Fragen zu vermindern. Vielen Dank. Ich würde später vielleicht noch mal wieder eine Runde von Fragen mitnehmen. Diejenigen, die sich jetzt gemeldet haben, können sich dann also gleich noch mal direkt melden. Ich gebe das einmal weiter, gerade auch dieser Blick noch mal auf die EU und die Frage, wie sehen wir eigentlich auch als Europäische Union in diesen Konflikt jetzt hinein und wie kommen wir auch in die Zukunft gemeinsam und wie sind vielleicht auch die Blickrichtung unterschiedlich auf das, was sozusagen jetzt passiert ist in Russland und auf die Situation, die im Grunde genommen vorlag, als dieser Krieg ausgebrochen ist in Europa. Weil das beschäftigt uns ja schon und da ist mein Eindruck zum Beispiel, als jemand, der durchaus von der EU-Ebene das mitverfolgt hat, eine Weile, dass wir ja manchmal als Deutschland auch ziemlich als Geisterfahrer unterwegs waren. Wenn man darauf schaut, zum Beispiel mit Nord Stream 2 oder ähnlichem, welche Einschätzungen durchaus aus Deutschland gekommen sind. Frau Fischer. Ja, genau. Deswegen habe ich ja am Anfang gesagt, diese deutsche Politik, die natürlich auch von der grünen Partei immer, also gerade Nord Stream 2 ist ja schon lange, stand schon lange in der grünen Kritik und richtigerweise, aber die Politik, die aufeinanderfolgende deutsche Regierungen gemacht haben in den letzten 15 Jahren ist in großen Teilen, Russland gegenüber und eben gegenüber der östlichen Nachbarschaft ist in großen Teilen krachend gescheitert und Deutschland hat sich da hinweggesetzt, eben auch ganz stark über die Warnungen, die Analyse, auch die Interessen anderer EU-Staaten und der Staaten in der östlichen Nachbarschaft. Ich meine, gleichzeitig hat Deutschland natürlich auch oder hat deutsche Politik auch viel getan. Also ich finde, man muss immer, man muss sich beide Schalen dieser Waage anschauen, aber es ist absolut so, dass Deutschland dazu tendiert hat, gerade im wirtschaftlichen Bereich einen, ich würde sagen, gefährlich nationalen Kurs immer wieder zu fahren. Und das ist eben wirklich gerade im Bereich Energiepolitik so gewesen mit den beiden Nord Stream-Projekten, aber vor allen Dingen mit Nord Stream 2. Und insofern, ja, muss da, also ich denke, es hat schon in den letzten Jahren immer stärker ein Umdenken stattgefunden. Dieses Umdenken muss weitergehen und es muss definitiv in eine europäische Richtung gehen. Ja, das ist absolut so. Ist das auch automatisch, wenn ich da mal nachhaken darf, die europäische und transatlantische Brille wird geschärft sozusagen auf den Blick oder wie stellt sich das eigentlich für Sie dar, wenn wir über die Lösung auch gerade der energiepolitischen oder anderen Herausforderungen jetzt sprechen, ist das letztendlich dann doch wieder ein Abgrenzen oder wie schaffen wir es? Abgrenzen gegen wen? Naja, wenn wir zum Beispiel über europäische Souveränität reden, sind wir ja auch wieder, Stichwort Autarkie, in so einem, sage ich mal, sich dann doch auch wieder in den nächsten Lock-In vielleicht reinbewegen. Das ist ja so eine Frage, die einen jetzt bewegt, ein Stück weit. Und ich frage mich so ein bisschen, rennen wir da vielleicht ins nächste Problem oder wie sehen Sie das? Also ich persönlich würde niemals von europäischer Autarkie sprechen, weil ich das einfach für vollkommen unrealistisch halte. Also in der globalisierten Welt, in der wir leben, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich, politisch, ist der Begriff Autarkie, also in Russland wird der verwendet und in Russland haben wir schon seit Jahren sehr stark isolationistische Tendenzen im außenpolitischen Denken. Ich glaube, das kann für Deutschland, für Europa kein Rezept sein. Und ich denke, die transatlantischen Beziehungen sind enorm wichtig und sind eine ganz, ganz zentrale Säule, was natürlich nicht bedeutet, dass Europa in bestimmten Bereichen stärker auf eigenen Füßen zu stehen lernen muss. Und das sind letztendlich vor allen Dingen die beiden Bereiche, wo vor allen Dingen Deutschland, aber eben aufgrund der politischen Bedeutung Deutschlands in Europa, auch Europa in den letzten 15 bis 20 Jahren in schwierige Abhängigkeitsverhältnisse geraten sind. Das ist Energie im Hinblick auf Russland und das ist Verteidigung im Hinblick auf die USA. Und da müssen Korrekturen her. Und ich meine, wenn man sich wiederum aufeinanderfolgende US-Administrationen anschaut, minus die Trump-Administration, dann sieht man, dass in Washington darauf sehr stark gedrängt worden ist, schon lange. Das war auch ein sehr starkes Motiv der Obama-Administration, weil Obama derjenige war, der den Asian Pivot in der amerikanischen Außenpolitik vollzogen hat. Also ich sehe da keinen Widerspruch, sondern letztendlich sind es komplementäre Prozesse. Nun waren, Mark Schiritz, die Grünen durchaus, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, an dem Punkt, das schon relativ früh auch zu erkennen und haben jetzt dementsprechend auch eine Erzählung aus jüngster Zeit vorzuweisen, trotz aller Schwierigkeiten, die die Parteien alle gemeinsam natürlich in der jüngsten Vergangenheit hatten, sich darauf einzustellen, aber eine Erzählung vorzuweisen, die jetzt sehr aktuell eigentlich diese Antworten auch bedient. Dementsprechend, sage ich auch mal offen, ist die politische Stimmung im Land auch sehr positiv eingestellt. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das irgendwie zu schön, um wahr zu sein, dass das jetzt so passt, haben die Grünen nicht gerade mit Blick auf die Frage, was kommt jetzt und wie gerade die sozialen und ökologischen Herausforderungen verbunden werden müssen, im Lichte dieser Konfliktlinien besonders aufzupassen, auch auf Fallstricke. Müssen wir da schauen, wo sind vielleicht auch Widersprüche noch in dieser Erzählung? Klar, aber das gilt ja für die anderen genauso. Also die Lösung oder die Umstellung der Energieversorgung, die ja jetzt noch mal offensiver, oder die Notwendigkeit noch mal offensiver deutlich geworden ist, nämlich nicht nur klimapolitisch, sondern auch sicherheitspolitisch. Das wird ja mit den, die Belastungswirkungen sind ja so und so da. Und also so ganz, es gibt immer sozusagen, ich will jetzt nicht die Grünen irgendwie schön reden, aber die gucken nur aufs Klima und nicht aufs Soziale. Kann ich auch. Das war jetzt eigentlich auch nicht mein Eindruck des Wahlprogramms und der jüngsten Debatten, weil die ja schon auch eine starke soziale Energiegeld und so weiter, Komponente, eigentlich fast in manchen Teilen ausgeprägter als bei der SPD, in anderen nicht, oder halt mit anderen Instrumenten versehen. Aber es ist ja nicht so, glaube ich, dass diese Erzählungen, die schauen nur darauf, dass irgendwie der Vogel fliegen kann und der Mensch ist ihnen egal. Das ist eh nicht mein Eindruck. Aber diese Notwendigkeit, für den Ausgleich zu sorgen, die ist halt einfach noch mal gestiegen, einfach weil die Anpassungsprozesse noch mal dramatischer sind. Und wenn ich den CO2-Preis über 30 Jahre erhöhe, dann geht damit eine geringere Anpassungsnotwendigkeit einher, als wenn es von heute auf morgen passiert, was wir jetzt ja beobachten. Und deswegen muss man, glaube ich, an diesen Konzepten einfach noch stärker arbeiten und sie wahrscheinlich im Zweifel eher noch ausbauen. Aber ich glaube nicht, dass man da irgendwas jetzt so komplett neu erfinden müsste. Ja, wobei natürlich die Frage tatsächlich auch sein wird, bei vielen sozialen Absicherungssystemen, wie weit sie resilient gegen das sind, was möglicherweise in den kommenden Jahren ansteht. Und das wäre auch tatsächlich noch mal die Frage in deine Richtung, Ricarda. Haben wir da schon im Grunde genommen alle Instrumente gefunden und können jetzt sagen, um es platt zu sagen, mit dem Einstieg ins 9-Euro-Ticket und andere Fragen haben wir schon die Grundlage gelegt, um die sozialen Konflikte der Zukunft zu befrieden? Oder braucht es tatsächlich noch mal eine grundlegende Verbindung von Energiewende und Transformation im Lichte dieser Krise natürlich auch und soziale Absicherung? Ich würde, wenn es okay ist, ein, zwei, drei, ganz kurz, zu dieser vorherigen Frage, der europäischen Frage, weil ich das noch mal sehr spannend finde, weil ich glaube sogar, dass das Hand in Hand geht. Also, dass eine stärkere Unabhängigkeit der Europäischen Union Hand in Hand geht mit einer stärkeren außenpolitischen Strategiefähigkeit und damit sogar einem größeren, gemeinsamen außenpolitischen Engagement. Und ich halte es auch für unerlässlich. Wir sehen jetzt gerade durch die Situation, die globalen Energiemärkte werden leer gekauft, auch von uns, weil wir so schnell wie möglich diversifizieren müssen, ohne unerteilig zu werden von Russland. Das führt für viele Länder, insbesondere im globalen Süden, dazu, dass sie massive Wirtschaftskrisen vor sich haben. Und wir sehen jetzt schon eine Strategie von Russland, teilweise auch von China, genau dort an der Türschwelle zu stehen und zu sagen, na schaut mal, eigentlich treffen die Sanktionen ja gar nicht uns, sondern die treffen am stärksten euch. Und genau das will der Westen auch. Aber wir haben hier ein paar Angebote und wir haben hier schon mal vorbereitet. Das heißt, die Frage der Weltordnung stellt sich ganz unmittelbar in diesem Krieg in der Ukraine, stellt sich aber auch in den Fragen, in der Auswirkung davon und wer jetzt gerade außenpolitische Verantwortung übernimmt, gerade für diese Länder. Und das muss eine gemeinsame europäische Strategie sein. Das heißt, die Unabhängigkeit ist wahrscheinlich sogar die Voraussetzung für das stärkere außenpolitische Engagement. Und zu der zweiten Frage, was ja ganz interessant war für uns jetzt in Nordrhein-Westfalen, war, dass wir eine Wahl hatten, wo Preissteigerung das höchste Thema war. Danach war Energiesicherheit, Klimaschutz. Das erste spezifisch landespolitische Thema mit Bildung war, glaube ich, auf Platz fünf. Und das wäre ja eigentlich prädestiniert gewesen für so eine Vorstellung von da verlieren die Grünen. Wir haben nicht verlieren, verloren, wir haben deutlich dazu gewonnen. Und ich glaube, es liegt an zwei Dingen. Erstens hat niemand sogar ernsthaft probiert, weil es, glaube ich, so offensichtlich war, auch in unserem Regierungshandeln, dass es nicht der Fall ist, zu erzählen, na schaut mal so, wollen die Grünen Klimaschutz machen? Also dass zum Beispiel wir natürlich nicht davon sprechen, wenn wir über Preismechanismen reden, über einen gigantischen Aufschwung innerhalb von wenigen Wochen, sondern dass es natürlich um einen vorbereiteten, mit einem CO2-Ausgleich, mit dem Energiegeld verbunden eine Art von Preislenkung gehen wird oder Preismechanismus gehen wird. Und zweitens, weil wir, glaube ich, zeigen konnten, und das müssen wir auch in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren tun, dass diese steigenden Preise mit den Fossilen zusammenhängen. Also dass wir so etwas erlebt haben wie eine fossile Inflation, dass die Abhängigkeit von Fossilen nicht nur eine klimapolitische, nicht nur eine sicherheitspolitische Bedrohung ist, sondern am Ende auch ein soziales Risiko, gerade für die Menschen mit wenig Geld. Und was vielleicht so ein bisschen wir jetzt gerade zeigen können, auch in der Regierung, und das macht dann vielleicht auch vielleicht die Verantwortung so ein bisschen aus, ist, dass wir kurzfristig Verantwortung für die Sorgen von Menschen übernehmen. Das tun wir mit einem Entlastungspaket, 9-Euro-Ticket, Energiepreispauschale, Einmalzuschlag, all das. Dass wir aber dabei die langfristigen, strukturellen Fragen nicht außer Acht lassen, weil natürlich kann es keine Antwort sein, dass wir Jahr für Jahr immer und immer wieder ein neues Entlastungspaket auf den Weg bringen. Das ist jetzt notwendig und richtig, aber es muss ja Hand in Hand gehen mit Maßnahmen, die es in Zukunft weniger notwendig machen, diese kurzfristigen Schritte zu machen, länger geplante strukturelle Sicherheit, auch soziale Sicherheit. Und ich glaube, das ist die Verbindung, gerade in grüner Politik, im Moment, in der Gegenwart, auch lösungsorientiert, pragmatisch zu sein, zu sagen, wir gehen auch schwierige Schritte, Schritte, die nicht in unserem Wahlprogramm standen, aber das mit einer klaren Zielsetzung, wo geht es hin, auch einem Plan und dieser Plan, der eben mehr Sicherheit schafft. Und ja, da haben wir ganz viele Angebote, der Mindestlohn ist eingeführt, also die Erhöhung des Mindestlohns, die Kindergrundsicherung. Wir haben natürlich auch noch Punkte, die offen sind. Bisher macht ja Christian Lindner keine Schulden, sondern nur Sonderhaushalte. Das wird wahrscheinlich noch eine Debatte sein in den nächsten Jahren. Und ich glaube, dass die ganze Frage der Arbeitswelt, also die ganze Frage, Jobs erhalten sowieso, aber Arbeit wird sich anders verteilen in der Zukunft. Das kann eine Chance sein, eine Chance, wenn wir über Gleichberechtigung reden, eine Chance, wenn wir über Selbstbestimmung sprechen, aber das wird ein Prozess sein, den man gestalten muss und das vielleicht als letzten Gedanken. Wir hatten ja Veränderung schafft Halt so als Titel für unser Grundsatzprogramm und ich finde ehrlich, dass sich das heute so deutlich zeigt wie nie, wie passend eigentlich dieser Titel war, weil die Menschen ja spüren, dass die Veränderungen, dass wir eigentlich schon lang nicht mehr und das gilt auch bei den sozialen Fragen, das gilt bei den Arbeitsfragen, schon lang nicht mehr vor der Entscheidung stehen, wollen wir Veränderung ja oder nein. Und dann gibt es die Grünen, die sind für Veränderung und es gibt die anderen, die sind gegen Veränderung. Sondern diese Veränderungen finden statt. Die finden jeden Tag statt. Die finden im Wirtschaftsbereich statt, die finden im außenpolitischen Bereich statt und die Frage ist jetzt nur noch, entscheiden wir uns dafür, sie auszuhalten und damit eigentlich in eine passive Position zu gehen, sie zu etwas zu machen, was uns passiert oder schaffen wir es jetzt zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen im eigentlich engsten Sinne. Das ist nochmal ein spannender Punkt, den ich noch einmal an Sie beide gerne weitergeben möchte. Die Frage, das, was du beschreibst, ist ja erstmal so eine Sicherheitshaltung, die wir dann auch sozusagen in Konkurrenz zu, ich sag mal außenpolitisch China und innenpolitisch der AfD-Ortsgruppe sozusagen wahrnehmen. Aber was dann der nächste Schritt und das sprichst du an, ist ja die Frage, können wir nicht auch begeistern? Gibt es nicht auch ein Freiheits-, ein Wohlstandsangebot mit einer Erzählung, wie wir sie beschreiben, die nachhaltige, ich sage mal sicherer, aber das ist dann eine andere Form von Sicherheit sozusagen, Gesellschaft und Erzählung? Das wäre vielleicht nochmal eine Frage in Ihre Richtung. Also ich glaube, das Ziel und der Zustand, zu dem man will, der ist schon geeignet, Begeisterung zu wecken. Also es läuft ja nicht alles super. Wenn ich mit Zug fahren will, ist es einfach blöd, weil der ist meistens vorhin zu spät und ich kann nicht anfangen, was alles nicht super läuft. Die Löhne sind in einigen Branchen niedrig und so weiter. Ich glaube nur, also deswegen ja, das kann Begeisterung wecken. Ich glaube, es wird aber auch, also man muss auch so ehrlich sein, dass der Weg dorthin irgendwie ziemlich mies sein wird. Also das kann man nicht, die Transformation und die Umstellung der Energieversorgung ist ein Prozess, das wird rumpeln, da werden Leute außen vor bleiben und das gilt für alles. Und wenn ich die Bahn modernisiere, dann muss ich erstmal, habe ich eine Baustelle für zehn Jahre, da fährt nämlich gar kein Zug. Und bei der Autobahn ist es genauso und bei der Brücke auch. Also der Umbau von etwas, das am Ende schöner sein soll, ist trotzdem ist der Umbau irgendwie nicht schön. Und ich glaube, das Problem oder die Herausforderung für die Politik wird sein, sagen, das irgendwie verkaufbar zu machen, dass diese Dekade wahrscheinlich keine sehr tolle Dekade sein wird, weil wir halt einfach diese ganzen Sachen jetzt mal machen müssen. und am Ende soll die Welt besser sein. Das glaube ich auch, dass es gelingen kann, aber der Prozess, ich glaube, das ist sozusagen das Management dieses Prozesses. Und deswegen bin ich auch nicht so, wäre ich auch nicht zuversichtlich, dass es bei diesen einmaligen Entlastungsgeschichten bleiben wird, denn selbst wenn jetzt, sagen wir mal, der Krieg morgen vorbei ist, es gibt genug andere Politikfelder, wo diese Transformation ja auch stattfindet und da wird es auch Verlierer geben, die müssen auch irgendwie kompensiert werden oder mitgenommen werden. Und deswegen glaube ich fast, dass man da so etwas als ein dauerhaftes Instrument braucht. Deswegen war ich ja ganz froh, dass das Energiegeld in dem Package drin war und dass zumindest die logistischen Voraussetzungen geschafft werden, dass sich in Deutschland Haushalten Transfere, Transferleistungen direkt zukommen lassen. Da war es ja bisher nicht gegen, was auch irgendwie irre ist. Aber es kann sein, dass es im nächsten Jahr noch sehr, sehr viele Situationen gibt, wo wir auf dieses Instrument zurückgreifen und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass wir das jetzt haben, weil das ist so ein Ausdruck davon, sozusagen von Veränderungsmanagement und da braucht man halt eben auch neue, so banale Dinge wie neue Zahlungswege oder muss wissen, welches Konto denn eigentlich die Leute haben. Wollen Sie noch mal Sabine Fischer, dann würde ich danach noch mal ein paar Fragen mitnehmen. Ja, ganz kurz vielleicht. Also ich bin auch vorsichtig mit dem Begriff Begeisterung aus ähnlichen Gründen und jetzt sind wir, jetzt wenn man noch mal auf die Außenpolitik guckt, sind wir einfach in dieser entsetzlichen Situation und der Begriff Begeisterung kommt mir da eigentlich nicht über die Lippen. Aber was ich schon denke, ist, dass man sehr selbstbewusst genau diese Botschaften vertreten kann und zwar auch vor dem Hintergrund und zwar durchaus als positiven Zielpunkt, sagen wir es so, also auch in der Außenpolitik. Wofür tragen wir jetzt eigentlich Verantwortung? Wir tragen Verantwortung für den Erhalt einer regelbasierten Sicherheitsordnung in Europa, um überhaupt, um sicherzustellen, dass der Raum genau für diese Politiken, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene erhalten bleibt. Das ist die Verantwortung. Darum geht es. Und mein Eindruck ist eigentlich, dass, wenn man sich die Umfragen anschaut, dass es dafür ein wahnsinnig starkes Mandat gibt, wirklich in der deutschen Gesellschaft. Und das ist eigentlich eine Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde. Wie sehen Sie das als Politikerin? Weil mein Gefühl ganz häufig ist, jetzt wiederum weniger bei den Grünen als bei anderen Koalitionsparteien, den ich jetzt nicht ausdrücklich nennen will, aber egal. Dass da so eine Verzagtheit ist, dass man, statt sich hinzustellen und zu sagen, 70, 80 Prozent der Menschen in Deutschland sind bereit, Kosten für Sanktionen mitzutragen, weil sie diesen Krieg ablehnen. Dass man daraus, dass man nicht in der Lage ist, daraus wirklich eine ganz entschlossene, selbstbewusste, klare und proaktive Position zu formulieren und dadurch nicht Begeisterung zu wecken, aber zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Wie sehen Sie das? Wofür es gerade ein Mandat gibt und ich glaube, wofür es gerade ein starkes Mandat gibt, was sich auch in unseren Zustimmungswerten ausdrückt, ist Bürgerinnen wie Erwachsene zu behandeln. Also wie mündige Bürgerinnen. Das heißt nicht, und ich glaube, das ist auch der Punkt mit der Begeisterung, nicht einfach nur ein schönes Zukunftsbild zu zeichnen und zu sagen, das machen wir alles, ohne auszusprechen, dass es dabei zu Zumutungen kommen wird, dass es dabei zu Umbrüchen kommen wird, und dass die Menschen es auch spüren wissen. Ich finde, das ist für mich total spannend, wenn ich auf die letzten Jahre blicke. Wir hatten ja eine Zeit, wo gerade Debatten rund um Klimakrise, Transformation, unglaublich individualisiert geführt wurden. Und diese Individualisierung ging auch Hand in Hand mit einer Endpolitisierung. Ich denke an die Julia-Glöckner-Kampagne Du entscheidest, also wo sozusagen alles auf den einzelnen Konsumenten abgewälzt wurde. Wir als Grüne haben uns bewusst entschieden, ich glaube, es war eine richtige Entscheidung, zu sagen, wir setzen dem was entgegen, wir wollen nicht den besseren Menschen, sondern die bessere Politik, die strukturellen Fragen in den Fokus zu rücken. Und trotzdem muss man ja ehrlicherweise sagen, die strukturellen Fragen werden die Menschen spüren. Das heißt, diese Vorstellung, die jetzt vielleicht auch ein bisschen wir, wenn man ehrlich ist, manchmal mit selbst gestärkt haben, die Vorstellung von macht euch keine Sorgen, wir machen ein bisschen Investitionen, wir machen ein bisschen Infrastruktur, und ihr spürt nichts von diesem riesigen Umbruchsprozess unserer Gesellschaft, das geht auch nicht mehr auf. Und auch das merken die Menschen jetzt, das merken sie an steigenden Preisen, das merken sie an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen. Und das heißt, die Frage ist ja, schaffen wir es in diesem Momentum eigentlich sowas wie einen mündigen Bürger als Adressat von Politik zu schaffen, zu adressieren, er ist ja schon da, aber darauf unsere Politik auszurichten, wo man sagt, wir haben einen Plan, wir haben ein Ziel, wir wissen, welche Umbrüche einen hergehen und du kannst Teil davon sein. Bassal ist das Thema dafür gerade, ist das Thema Energiespar. Also da, wo ich weit davon entfernt war von einem etwas manchmal zynisch ausgedrückten Frieren für die Freiheit, weil es dann ganz schnell unsozial wird, weil die Menschen, die wirklich jetzt schon frieren sind, die sich schon seit ein paar Monaten ihre Gasrechnung nicht mehr leisten können, insbesondere die auf Hartz IV angewiesen sind. Und trotzdem, natürlich brauchen wir das Engagement von unfassbar vielen Menschen in diesem Land, wenn wir so schnell werden wollen, wie wir es können und können daran, glaube ich, auch appellieren und sagen, diejenigen, die Unterstützung brauchen, die werden sie bekommen, aber diejenigen, die einen Beitrag leisten können, die können jetzt auch Verantwortung übernehmen und dadurch werden diese Transformationsprozesse von der Effizienz, dem Energiesparen bis dann eben auch der Veränderung zur Wirtschaft eben nicht zu was, was irgendjemand anderes erledigt, sondern wo die Menschen ein Teil davon sein können und damit ja aber auch eine gewisse Autonomie, eine gewisse Selbstbestimmung in diesen Prozessen erlangen. Und ich glaube, dass das gerade wirklich eine Stärke von uns ist und das müssen wir aber durchhalten, wenn wir nicht nur über den Krieg sprechen und die direkten Folgen, sondern wenn wir über weitere Prozesse sprechen, eigentlich ja eine Renaissance des mündigen Bürgers als politisches Subjekt. So, die mündigen Bürgerinnen und Bürger sind wir alle und ich hatte vorhin hier eine Meldung in der Mitte gesehen. Ich weiß nicht, ob die noch aktuell ist. Dann nehmen wir die vielleicht als erstes und dann sehe ich dort schon wieder eine weitere. Vielen herzlichen Dank für eigentlich alle eure Worte, die wir heute alle gesagt haben. Und ich will einfach eine Frage Ihnen stellen. Politiker und eigentlich Personen in der Öffentlichkeit auftreten, er ist vor allem, muss verstehen, wohin der Wind weht. Was steht im Herzen von Menschen und über was denken sie? Und meine Frage an Ihnen, was denken Sie, dass jetzt die meisten Deutschen eigentlich in seinem Herz haben? Was wollen sie? Weil wenn wir das nicht verstehen, wir können Leute nicht in, wissen Sie, bringen, was sie alle wollen. Vielen Dank. Dankeschön. Wir haben einen Moment, das kurz sacken zu lassen, diese Frage und haben hier noch eine weitere Meldung. Ja, hallo. Dass wir eine Zeitenwende außenpolitisch erleben, das ist, glaube ich, unmittelbar einsichtig. Wo ich noch zweifle, ist bei der Frage, erleben wir tatsächlich auch eine ökonomische Zeitenwende? Ich denke an die Banken- und Staatsschuldenkrise, wo wir auch, glaube ich, Zeiten hatten, wo wir dachten, es wird wirklich nicht wieder besser werden. Wir erleben gerade, dass wir eben aus Corona rausgekommen sind, wo es auch staatliche Eingriffe gab, die wir uns so nie vorgestellt haben. Die Frage ist tatsächlich, wenn dieser Krieg hoffentlich bald endet, ist dann trotzdem die ökonomische Zeitenwende weiter da und bleibt sie? Und wenn sie es ist, dann unter dem Stichwort Verantwortung. Was bedeutet das denn tatsächlich dann auch für die Wohlstandserzählung, auch für die grüne Wohlstandserzählung? Denn wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass es ja vor allem die ohnehin schon marginalisierten Gesellschaftsgruppen waren, die von solchen Krisen erfasst worden sind. Die gehen aber schon gar nicht mehr zur Wahl. Aber heute erleben wir halt, dass junge Akademikerpaare eben sich kein Haus mehr kaufen können. Was sie vielleicht irgendwie so kannten, dass das eigentlich immer so läuft. Letzter Satz dazu. Wie resilient ist unsere Gesellschaft tatsächlich auch, wenn solche Erfahrungen dann dauerhaft eintreten? Ich hoffe immer noch, dass es nicht eintritt, aber ich bin mir unsicher. Vielen Dank. Ja, dann nehme ich noch eine dritte Frage mit, die hier in der Mitte aufkommt und dann kommen wir einmal wieder zurück. Ja, danke. Sibylle Volkholz. Also ich möchte bei dem letzten eigentlich noch ein bisschen zuspitzen, weil ich glaube, es reicht nicht nur die Botschaft an die mündigen Bürgerinnen, was alle dazu beitragen können. Das finde ich erstens mal hat viel zu lange gebraucht, auch bei den Botschaften der Regierung. Es wurde auch mit dem Entlassungspaket, ich finde das alles richtig, aber zu stark immer der Eindruck, wir kriegen das schon hin, ohne dass es euch allzu stark trifft. Und ich glaube, also nicht nur die Frage, was müssen die Einzelnen tun, ist die Frage, sondern was vereinzelt als Botschaft auch rüberkam, zu sagen, die Zeiten des Wohlstands haben ihren Höhepunkt hinter sich. Und das ist noch mal eine Debatte, also der Vorredner hat es ja gerade mal angeklüpft, ich persönlich fände es nur nicht ganz furchtbar, wenn sich die jungen Akademikerpaare kein Haus mehr kaufen könnten, schon, weil die Republik eh zugekleistert ist. Also die Debatte um die Ansprüche, an die wir uns gewöhnt haben, die wird noch herbe werden, aber ich finde, die muss geführt werden. Denn, ja. Vielen Dank. Ja, also ich glaube, damit bekommt unsere Debatte hier vielleicht noch mal einen neuen Impuls. Das beginnt mit der Frage, was haben die Menschen eigentlich im Herzen? und ich glaube, das ist eben noch mal deutlich geworden, da ist eben möglicherweise auch Angst, Abstiegsängste, die individuell oder gar sozusagen auch gesamtgesellschaftlich einschlagen könnten. Deswegen reden wir ja drüber. Ricarda, das geht mal zuerst an dich. Wie denkst du, werden wir diesen Fragen, die die Menschen eben auch ganz individuell vielleicht gerade bewegen, begegnen können angesichts der möglicherweise dann doch, wie du ja auch sagst, doch schweren Einschnitte, die auch zu erwarten sind? Also ich kann nicht allen ins Herz schauen. Das wäre wahrscheinlich auch etwas Übergriff für mich als Politikerin, aber ich glaube, dass wir eine sehr Parallelität gerade bei sehr, sehr vielen Menschen haben. Das ist auf der einen Seite die klare Solidarität mit der Ukraine, die Solidarität mit den Menschen, die hier ankommen und auch die Bereitschaft zu sagen, wir tragen dafür etwas mit und auf der anderen Seite die individuelle Sorge, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für meine Lebenssituation? Und ich glaube, hier ist tatsächlich, diese Frage, ich hatte vorher gesagt, immer ein Ziel zu haben und einen Plan zu haben, das ist schwierig in der Zeit, wie jetzt einen Plan zu haben, weil es gibt kein vorgeschriebenes Drehbuch, es gibt keinen vorgefertigten Plan, es gibt kein Wahlprogramm, das diese Situation in der Form hätte vorgesehen. Es gibt aber Orientierung an bestimmten Prinzipien und Werten und es gibt dann schon die Kommunikation zu sagen, welche Schritte tun wir, warum tun wir sie und ich glaube, hier auch immer wieder den Begründungszusammenhang aufzumachen, weil es wird schnell mal so ein bisschen abgetan, dass man sagt, ja, jetzt sind alle solidarisch mit der Ukraine, aber wenn dann die Bereitscheidung und so, dann ist das ganz schnell vergangen. Das glaube ich nicht, dass es automatisch der Fall ist. Ich glaube, es ist eine Frage auch von politischer Gestaltung, ob wir die Menschen mitnehmen können auf diesem Weg und das bedeutet aber eben auf der anderen Seite und Sie haben es angesprochen, natürlich werden wir über strukturelle Fragen im sozialen Sicherheitsbereich reden müssen, denn das heißt, wie sicher fühlen sich Menschen, wenn es um ihren Arbeitsplatz geht, wenn es um ihre soziale Situation geht, das hat massiven Einfluss darauf, wie sehr sie dann auch in Situationen, wo sie individuell betroffen sind, sagen können, ich gehe diesen Weg mit und mir ist es das wert. Das heißt, es geht für mich Hand in Hand. Ich hatte noch einen Punkt ganz spannend, weil das der erste Satz war, den Sie gesagt haben und wir hatten vorher in der Vordiskussion da einmal schon mal kurz drüber gesprochen, Politiker müssen ja sozusagen wissen, woher der Wind weht. Und auf der einen Seite stimmt das natürlich. Wir haben die Aufgabe, Stimmung aufzufangen, mit Stimmung umzugehen und auf der anderen Seite, das hatten wir vorher diskutiert, ist ja immer auch die Frage, wie sehr kann man sich selbst beeinflussen, neu aufmachen. Also gelingt es zum Beispiel in einer Zeit, wo niemand über Geopolitik spricht, Geopolitik in einen Wahlkampf reinzurechnen. Gelingt es in einer Zeit, wo Landwirtschaft als, naja, das ist auch so ein Nischenthema, verstanden wird, zu zeigen, warum auch das eine Frage von Resilienz ist. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe von uns als Politikerinnen. Zweifel zu dieser Wohlstands, weil das natürlich eine ist, die uns gerade massiv beschäftigt. Und ich glaube, ich hatte ja vorher über das Externalisierungsthema gesprochen. Und das ist ja genau, dass wir eine Form von Wohlstand hatten, die auf Externalisierung aufgebaut ist. und dieser Satz mit dem Wohlstand ist es vorbei, oder der kommt ja lustigerweise nicht von dem Grünen oder von irgendjemandem Progressiven, sondern von Friedrich Merz hatte das, glaube ich, vor ein paar Wochen gesagt. Das ist aber natürlich erst mal schnell dahingesagt, wenn ich nicht sage, was folgt daraus? Also welche Verteilungsfragen, bei wem nimmt der Wohlstand ab? Was bedeuten die politischen Antworten darauf? Das heißt, ich würde eher sagen, wir brauchen auch weiterhin eine Erzählung von Wohlstand. Es muss aber eine sein, der diese Externalisierung internalisiert, also der das aufnimmt, der sozusagen aufhört, auf der Bepreisung sozusagen, auf der Auslagerung von Kosten zu leben. Das heißt, Kosten internalisiert. Es muss einer sein, der resilienter funktioniert. Und ich glaube vor allem, dass dabei die ganze Frage von Gemeinwohl, common goods, also und das geht von der Frage von finde ich eine Wohnung, vielleicht ist es nicht immer das Haus, aber zumindest finde ich einen Ort, kann ich frei wählen, wo ich wohne? Habe ich dort eine verlässliche Infrastruktur, auf die ich mich verlassen kann? Habe ich eine Gesundheitsversorgung? Das heißt, diese ganze Frage von Daseinsvorsorge, ich glaube, dazu gab es ja auch schon mal eine grüne Erzählung. Ich glaube, dass diese Frage der Daseinsvorsorge als zentraler Bestandteil von Wohlstand, dass das noch was sein muss, was wir als Erzählung entwickeln müssen für die nächsten Jahre. Das greife ich noch mal abschließend auf, Marc Schiritz, die Frage tatsächlich nach der, ja nach den institutionalisierten Antworten auf die Verantwortung, soziale Fragen und Wohlstand in der Zukunft. Also zum Beispiel brauchen wir, wenn wir jetzt investieren in große Dinge, wie Sie es auch sagen, viel Geld in die Hand nehmen, um also Sicherheit oder auch die Transformation zu gewährleisten, brauchen wir dann eigentlich eine, möglicherweise eine Gemeinwohl, einen Gemeinwohlanteil daran, der eben sich auch sozial, in sozialen Absicherungen auszahlt. Wir reden ja über die Beteiligung zum Beispiel an Windkraftanlagen oder so oder möglicherweise Rentenfonds aus Investitionen in Erneuerbare, ähnliche Fragen. Wie ist das, wie können wir das diskutieren in dieser Lage? Klar, also das kann man, da kann man jetzt sich tausend Modelle vorstellen. Die Aktienrente ist ja im Prinzip auch so ein Modell, wie man, wenn man sich doch staatlich fördert, Deutschlandfonds, glaube ich, war auch mein Wahlprogramm, wie man das machen kann. Aber ich glaube, die entscheidende Frage ist schon, die angesprochen wurde, wenn ich, da will ich mich noch zwei Sätze dazu sagen, also leben wir in einer ökonomisch neuen Zeit, weil das stimmt, das haben viele auch während der Finanzkrise und der Corona-Krise gesagt. Da, also ich persönlich habe es damals nicht gesagt und da hatte ich auch nie das Gefühl, aber was eben jetzt passiert ist, dass wir nicht nur diesen Krieg haben, sondern dass sich einfach andere Trends gerade extrem manifestieren, wie die Demografie oder wie die, wie soll man das sagen, die gewisse Rückkehr oder die Einbau von Sicherheitspuffer in die globalen Lieferketten. Also ich will nicht mehr alles auf der ganzen Welt verteilen, sondern ich hole die Chipfabrik zurück nach Magdeburg oder wo auch immer. Kann man sagen, super, da entstehen 10.000 Arbeitsplätze in Magdeburg, ist doch toll für Deutschland. Man kann aber auch sagen, wir finden eh kaum Fachkräfte. Jetzt sollen die wenigen, die es gibt, auch noch Chips herstellen. Wer soll denn dann mein Gebäude dämmen? So und dass diese Frage, dass diese Frage sozusagen da total neu geframed wird, das ist glaube ich, also wäre meine Vermutung, ich weiß nicht, ich kann auch nicht in die Zukunft schauen, aber meine Vermutung wäre, dass wir es da schon mit einer strukturellen Geschichte zu tun haben und wir nicht mehr dahin zurückkommen zu sagen, naja komm, Krise, lass ein bisschen Geld draufwerfen, wird schon gut. Also ich werfe immer gerne über Geld drauf, aber in dem Fall glaube ich, funktioniert das nicht. Und die Frage, Wohlstand und Wachstum, also jetzt ist ja offensichtlich, dass wir weniger Wohlstand haben, denn mein Geld ist einfach weniger wert, also habe ich weniger Wohlstand. Aber was mich an dieser Debatte immer stört, ist, dass die, ich würde das einfach Wachstum und Wohlstand als Resultat begreifen von was, also das ist keine Größe, die ich manifestiere, ich sorge als Staat dafür, dass die Preise ordentlich sind, dass sie externe Effekte internalisieren, ich sorge dafür, dass es sozial gerecht zugeht und dann, ob wir dann ewiges Wachstum haben oder nicht, das wird sich schon zeigen. Also deswegen finde ich diese Debatte ein bisschen künstlich, ich würde immer, weil die Debatte muss ja sein, wie richten wir die Welt so ein, dass sich die Leute wohlfühlen, ob das dann mit ewigem Wachstum verbunden sein kann, sagen, es ist das Ergebnis des Prozesses, aber man neigt, oder es wird in der Debatte immer dazu, neigt man dazu, sozusagen stundenlang darüber zu diskutieren, ob ewiges Wachstum möglich ist oder nicht. Ich weiß auch nicht, das wird sich schon zeigen. Lass uns dafür sorgen, dass die Bedingungen gerecht sind und dann schauen wir, was passiert. Sabine Fischer, vielleicht nochmal abschließend der Blick darauf, wie können eigentlich für diese Fragen, wenn wir sie dann, wie gesagt auch, das ist ja eben auch deutlich geworden, nicht nur für uns hier im deutschen innenpolitischen Kontext lösen wollen, sondern auch darüber hinaus in Europa, in den außenpolitischen Systemen, wir können eigentlich die Instrumente der internationalen Ordnung des Völkerrechts zum Beispiel in der Zukunft als Lösungsinstrumente oder auch Orte beitragen, die über die Grenzen hinaus diese Fragen adressieren. Ist das noch möglich nach dieser Krise, im Grunde genommen auch der internationalen Ordnung, die wir gerade erleben? Das ist eine Frage, die ich im Moment nicht beantworten kann, weil wir schlicht und ergreifend nicht wissen, wie dieser Krieg ausgeht und davon wird sehr viel abhängen. Davon wird sehr viel abhängen für Europa, aber durchaus auch eben für internationale Institutionen, für die UN, für das Völkerrecht. Wie geht es mit der Untersuchung und dann eben auch juristischen Verarbeitung der Kriegsverbrechen weiter? Was ist mit Verantwortlichkeiten und so weiter und so fort? Wir sind mittendrin, aber all diese Fragen zeigen eben auch, wie unglaublich wichtig es ist, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt. Vielen Dank, womit wir ein Schlusswort haben, das viel offen lässt, aber trotzdem, glaube ich, den Begriff Verantwortung, den wir hier heute zentral stellen, an vielen Stellen sehr zentral auch andiskutiert haben. Vielen Dank, dass Sie mit uns gemeinsam diesen Einstieg in das Thema gewagt haben. Wir werden jetzt das Thema Verantwortung im Rahmen der grünen Erzählung sicherlich im Lichter auch all der Gedanken, die hier mit aufgekommen sind, weiter diskutieren. und wir werden gleich dann als nächstes die nächste Runde mit dem Input von Winfried Kretschmann haben und in diesem Sinne gebe ich erst mal zurück an die Moderation für die weitere Gestaltung. Herzlichen Dank. Applaus 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 Applaus